Hallo, mein Name ist Denise Green. Ich bin die Geschäftsführerin der Tenovis Direkt GmbH. Wir sind ein Online-Händler für Telekommunikationsprodukte. Bei uns können sie Telefone, Headsets, Konferenzsysteme, Videokonferenzen und sämtliches Zubehör kaufen. Heute möchte ich euch darüber informieren, dass es zum Neukauf auch noch gute Alternativen gibt. Oft ist es ja so, man hat Telefone länger im Einsatz und ein Telefon geht mal kaputt, wie zum Beispiel diese Deck-Telefone, also Schnurlos-Telefone von verschiedenen Herstellern wie Avaya, Funktel, Gigaset. Die werden oft benutzt, die landen in Taschen, dann nutzt sich die Tastatur ab, das Display reißt mal, irgendein Knopf bricht ab. Da muss man das Telefon nicht gleich wegschmeißen und nicht gleich ein neues anschaffen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wir haben bei uns einen Reparaturservice, das heißt sie können uns defekte Telefone einsenden, die dann für eine gewisse Gebühr repariert werden. Wenn die Telefone noch innerhalb der Garantiezeit sind, sind natürlich kostenfrei. Außerhalb der Garantiezeit nehmen wir eine Pauschale dafür. Einfach die Telefone einpacken, zu uns senden, kurze Fehlerbeschreibung und die Reparatur findet statt. Innerhalb von sieben bis vierzehn Tagen erhalten sie das Telefon zurück. Es kommt darauf an, welches Modell. Manche Telefonmodelle sind auch innerhalb von vier Tagen repariert. Wir reparieren sowohl Tischtelefone als auch diese wie gesagt Decktelefone. Ich denke mal, das ist ein guter Beitrag auch zum Umweltschutz, dass man nicht leicht alles wegschmeißt, sondern einfach auch mal versucht, die Dinge, die noch vorhanden sind und eigentlich soweit funktionieren, wieder instand zu setzen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Da bekommt ihr immer Informationen über weitere technische Neuheiten oder auch über andere Serviceangebote, die wir haben und wünsche euch noch einen schönen Tag.